Reinkommen, gemütlich sitzen und einfach gut essen. So lautet das Motto im Wirtshaus am Lech. Das behagliche, freundliche Domizil befindet sich nahe des romantischen Radweges am Ufer des Lechs. Dort genießen Sie schwäbisch-bayerische Küche der gehobenen Klasse. Durch die spektakuläre, offene Küche können Sie dem Koch sozusagen über die Schulter blicken, wenn aus frischen Regionalprodukten Maultaschen, Schweinsbraten in Biersoße, gefüllte Kalbsbrust und andere Schmankerl entstehen. Die liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten wie beispielsweise das Erkatzimmer, das Extrastüberl, die MAN-Stube oder der große Gastraum bieten den richtigen Rahmen auch für große und kleine Feierlichkeiten. Nach einem Spaziergang oder einer Radtour lädt der herrliche Biergarten mit seinen Kastanienbäumen zu einer deftigen Brotzeit und einem Bier vom Fass ein. Im Wirtshaus am Lech können Sie sich rundum kulinarisch verwöhnen lassen.